Ich steh mit meiner Frau in München in der Diskothek. Meine Frau hat offene Schuhe an. Da steht so ein Knallkopf neben dran, Knallkopf neben dran, schmeiß 10 Gläser genau immer neben dran, bis ihre Füße geblutet haben. Füße geblutet. Okay? Ja? Okay? Ja? Bin ich zu dem jungen Mann hingegangen? Hat er dann eine Karabatte gepackt? Dann hab ich so eine Eimer ein Glas schmeißt. Dann kriegt er eine Ohrfeige. Dann kriegt er eine Ohrfeige. Geh wieder zu meiner Frau. Geh wieder zu meiner Frau. Füße geblutet. Füße geblutet. Okay? Ja? Okay? Ja? Er schmeißt wieder ein Glas. Okay? Er schmeißt wieder ein Glas. Dann kriegt er von mir eine Ohrfeige. Dann kriegt er von mir eine Ohrfeige. Weißt du, was passiert ist? Ja? 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 Ich war der große Buhmann. Ich war der große Buhmann. Yah, dann extra da Und ich hab'n noch Geldstrafe gescheckt Und ich hab'n noch Geldstrafe gescheckt Und die haben noch Geldstrafe gekriegt. Verstehst du? Und das ist das, was ich einfach damit meine.